löschenpapierchen und das sind wir wieder eigentlich war ich gerade mittendrin so dabei alles vorzubereiten bevor ich die nächste folge starten wollte aber jetzt habe ich gerade mit dings geredet mit sassnerlin plötzlich kommt eine zwischensequenz deswegen habe ich jetzt doch einfach mal gleich schon mal gestartet nur kurz richtig hinsetzen weil das ganze ausrüsten et cetera verarmeln und sowas mache ich dann denke ich mal alles komplett offscreen aber es lohnt sich sonst einfach nicht verstanden okay wir haben es überlebt gute arbeit teamarbeit war ziemlich gut ja wirklich es war unglaublich mit anzusehen wie kirito sich bei asunas zeichen in den angriff gestürzt hat ach ja aber sie sieht jetzt ein bisschen anders aus weil ich habe jetzt ein bisschen mehr ausrüstung aha danke die ggo version unseres wechselangriffs wie habt ihr so perfekt synchron bleiben können ist das weil ihr euch liebt was hast du gesagt ah du nimmst kein blatt vor den mund was aber ich glaube nicht dass das der grund ist wir kämpfen schon sehr lange seite an seite wir wissen dass wir einander vertrauen können wir können in der hitze des gefechts praktisch die gedanken des anderen lesen und das ist wohl der grund warum wir so abgestimmt haben vertrauen zuna hat recht im verlauf all unsere kämpfe hat sich bei uns eine starke innere verbindung herausgebildet vertrauen innere verbindung ich verstehe unsere verbindung wird enger hoffe ich ist das anders als miteinander auskommen gut miteinander auszukommen ist wichtig aber das ist nur ein teil davon meister ich will eine innere verbindung mit dir bitte gib mir eine innere verbindung natürlich das ist eigentlich nichts worum man bitten und was man erhalten kann warte ich glaube ich weiß wie ich es dir erklären kann mal sehen wo habe ich es ah hier das ist eine einkündigung für das nächste pvp event nicht dort muss man sich mit einem partner anmelden genau ein wechselturnier wir überlegen daran teilzunehmen ich will auch mehr machen dann will ich das auch meisenmeister und ich werden in diesem turnier teilnehmen eine innere verbindung erhalten huch da habe ich wohl gerade die konkurrenz zum mitmachen eingeladen ha ich glaube das hast du diese entscheidung wirst du womöglich bereuen das glaube ich nicht aber wir werden um die chance kämpfen gegen euch anzutreten und ich hoffe wir beide werden erfolgreich sein meister feind gerade voraus wir haben uns noch nicht bemerkt aber sie kommen uns entgegen wir haben keine fluchtvektoren damit können sie erledigen wenn wir zusammenarbeiten so gut funktioniert die letzte stunden warte 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 was warum das ist unsere chance wir können bei unseren ersten spieler in leichten siegerring warum sollten wir nicht angreifen warte warte die geraten unter vorher aus der anderen richtung hat dieses feindliche spieler ein partner oder so wirk uff sieht so aus als wären wir da gerade nochmal heil raus gekommen tut mir leid meister diese versteckte gegner haben uns wahrscheinlich gefunden weil ich so laut war du hast recht ein spieler haben sie unsicht bei draußen gelassen in der hoffnung uns beide heraus zu locken und als wir dann raus gestürzt sind ist der zweite spieler aus seinem versteck gekommen und hat angefangen zu schießen denn eindeutig eine strategie so helfts hey leute wir haben euren ersten kampf auf dem monitor gesehen glückwunsch leute was ist denn ihr seht ganz schön niedergeschlagen aus dafür dass ihr gerade einen kampf gewonnen habt ich hab gar nichts gemacht ist etwas passiert ja um ehrlich zu sein ach ich verstehe ja das war für einen ersten kampf ganz schön beängstigend was fandst du auch dass es gefährlich aussah komm schon kiritu du sollst sie doch ermutigen ach ja tut mir leid bist du unglücklich weil du darauf reingefallen bist Ray naja schon aber eigentlich mach ich bei diesem turnier mit um herauszufinden was für eine innenverbindung es ist und jetzt falle ich wie ein dummkopf auf tief fallen unsere gegner herein wie soll ich all die kämpfe durchfechten die für eine innere verbindung nötig sind denn ich nicht mal die grundlegendsten strategien des gegners durchschauen kann so bekomme ich nicht nur nie eine innere verbindung ich bringe auch noch meinen meister in gefahr ja innere verbindungen und freundschaften brauchen zeit um sich zu entwickeln aber es wird immer leute geben mit denen man einfach nicht klarkommt wie lange du dich auch mit ihnen abgibst aha ich meine zeit und erfahrung allein sind nicht genug um eine innere verbindung herzustellen wie soll man denn dann einen jährigen hinkriegen ich kann es dir zeigen ich weiß nicht ob meine worte allein dich da weiterbringen würden ich glaube wenn du weiterkämpfst wirst du ja schon herauskriegen mpf wenn du das sagst suche nicht zu viel darüber nachzudenken wenn du dich auf den anstehenden kampf nicht konzentrieren kannst du ist die mühe sowieso vergebens ok kopfhochsaßnerin verstanden meister kann ich ihr jetzt endlich geld geben womöglich nicht dann haben sie gerade ihren zweiten kampf gewonnen das freut mich für allernichts ist mir aufgefallen dass sich Ray nicht so gut bewegt hat trotz unseres rates nicht allzu viel zu grübeln das ist mir auch aufgefallen Ray will ihre meister unterstützen aber ihr meister bittet nicht um unterstützung ich glaube Rays Meister wäre es lieber sie würden gleichberechtigt kämpfen das gefühl habe ich auch Ray ist aber total auf die eigene rolle konzentriert oder vielmehr die rolle die Ray glaubt spielen zu müssen alte gewohnheiten sterben wohl nicht so leicht das kannst du laut sagen Ray macht ja auch eigentlich nichts falsch ich hatte nur gehofft dass diese kämpfe eine gute gelegenheit für die beiden wären ihre teamarbeit zu verbessern ich weiß was du meinst oh Kirito die Gegner zuteilung für die dritte runde wurde gerade verkündigt oha sagen wir wie wir gewinnen und sie auch war sehr unvermeidlich dass sich unsere wege irgendwann kreuzen würden aber wer hätte gedacht dass wir jetzt schon gegeneinander antreten darüber hatte ich mir schon gedanken gemacht auch wenn wir sie eingeladen haben an diesem Wettkampf teilzunehmen möchte ich gerne etwas für sie tun ok ich glaube ich weiß was du vor hast Meister wir haben jetzt schon einen kampf gegen Kirito und Asuna sie werden schwer zu schlagen sein aber wir können nicht einfach aufgeben da seid ihr ja Kirito Asuna sie werden euch nicht schon das wisst ihr oder würde ich auch gar nicht wollen dann macht euch auf was gefasst sag ich mal echt die frage darf ich eigentlich auch selber kämpfen oder muss ich jetzt echt nur vorlesen die ganze Zeit wow die beiden sind genauso stark wie ich erwartet hatte beglichen mit ihnen waren die Teams in der ersten und zweiten Runde ein Kinderspiel alles in Ordnung Meister was aber ich habe doch die Pflicht die zu beschützen Meister das ist meine wichtigste Mission ja das ist keine Einbahnstraße was was hier also versteckt ihr euch seid ihr bereit wir sitzen in der Klemme Meister wir müssen einander beschützen Meister na gut ich verstehe ich gehe mit der Rückendeckung Meister wir kommen wir kommen wir sind besser als wir dachten wir haben sie in die Enge getrieben Meister wir können sie erledigen allerdings fühle ich mich etwas mies wenn ich das sage schinde noch ein paar Sekunden damit ich meine Spezialfähigkeit einsetzen kann lasst das nur mir verstanden uff ihr habt uns erwischt seid einfach ein viel zu gutes Team Leute ja und ihr wart auch total aufeinander abgestimmt ich konnte die enge Verbindung spüren die zwischen euch beiden besteht wartet mal ihr beiden habt doch nicht haben nicht was schon gut nicht wichtig naja du hast ja ohnehin ein wichtigeres zu denken in der nächsten Runde geht es um die Meisterschaft oh ja du hast recht ich kann ja echt nicht selber kämpfen man ich habe Lust auf eine neue Frisur na gut wenn es sein muss hallo Meister wie fühlst du dich heute mir geht es großartig dank des Teils das du gefunden hast habe ich eine neue Funktion freigeschalten ok gut haben prüfen das ist noch gar nichts Warneseinstellungen wie soll ich das Geld investieren Meister ein höheres Risiko bedeutet größer potenzielle gewähne wenn wir mal fette Money hier warte mal ich kaufe keine teuren Gegenstände ich kaufe keine teuren Gegenstände und achte darauf ungefähr die Hälfte davon zu behalten wenn ich etwas Schönes sehe zögere ich nicht es zu kaufen was ich in Credits habe gebe ich aus hier Money 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 haus raus welche Art Gegenstände soll ich kaufen Waffen diese Einstellungen werden wirksam nachdem du drei Quests abgeschlossen hast Taschengeld Taschengeld Meister ist es mein Taschengeld natürlich ich bin ein guter Meister natürlich ich bin ein guter Meister so passt ich fühle mich wie so ein Zuhälter so was haben wir denn so exakt wo ist jetzt also erstmal ins Labor ja ich habe jetzt auch neue Waffen und so also Hätt mich einfach Zuhälter nennen sollen. Ich fühle mich echt wie so ein Zuhälter in diesem Spiel. Ich möchte Taschen, oh du bist so ein Supermeister. Ich möchte eine innere Verbindung. Ich will eine neue Frisur. Ach nö, da gibt es noch so viele Gesprächsoptionen. Ich komme nie zur Action. Naja, auch ich habe eine Brille jetzt. Also gut, heute bleiben nur noch zwei Sachen zu kaufen. Korea, das gibt es nur in dem Laden auf der anderen Straßenseite. Oh man, du hast recht, dann ist es wohl da drüben. Hey Ray, ich kann dich auf einen kleinen Botengang schicken. Zwischen besorgen wir diesen Gegenstand. Kein Problem. Prima, dann loszählen. War es da drüben? Stehst du immer noch im gleichen Fleck, Bitch? Nein, das ist in der nächsten Straße. Warum bist du so still? Ach ja, ähm. Aber ähm. Übrigens ich, ähm. Komm mal an deinem Haus vorbei. Im richtigen Leben meine ich. Ich habe demnächst dort in der Nähe etwas zu erledigen. Also ich meine, wenn du nicht beschäftigt bist oder so, vielleicht könnten wir uns im echten Leben mal treffen. Stimmt. Ich weiß, im Spiel sehen wir uns dauernd, aber wir haben uns im richtigen Leben schon lange nicht mehr getroffen. Also, ach, ich wollte einfach mal fragen. Koreermeister, Hilfe! Was ist denn los? Ich habe vor dem Laden eine verdächtig aussehende Maschine gesehen. Ich habe Fotos gemacht, damit du es dir selbst ansehen kannst. Was für eine seltsame Maschine? Lass mich mal sehen. Die! Die hier! Ah, ein Spielzeugautomat. Ha! Das ruft in Erinnerung nach. Früher gab es die in jedem Laden. Ach wirklich? Ja, und du und ich haben als Kinder die ganze Zeit mit den Dingen gespielt. Weißt du noch? Wirklich? Das hatte ich selbst was vergessen, aber das kannst du mir nicht verdenken. Kannst du dich selbst und meinen Meister? Oh ja, wir haben dauernd zusammen gespielt, als wir noch kleiner waren. Wir haben ganz nahe beieinander gewohnt. Wir haben diese kleinen Kapseln gekauft und die Spielzeuge darin gesammelt. Du hast immer die unwichtigen Figuren bekommen nicht sehen, obwohl du bei allem anderen immer das meiste Glück hattest. Hey, manchmal bist du darüber beinahe in Tränen ausgebrochen. Äh, gar nicht? Aha, das klingt wundervoll. Und was hast du dann gemacht? Naja, dann haben wir eben getauscht. Was hätte ich denn sonst tun sollen? Ich sehe das Strahlen auf deinem schnoller bedeckten Gesicht noch vor mir. Das klingt, als wären dir richtig gute Freunde gewesen. Wirklich? Ich würde gerne mehr Geschichten von früher hören. Klar, was möchtest du denn wissen? Ich will ja noch mehr Gesprächsoptionen. Würde ich die noch wissen und außerdem müssen wir noch einkaufen. Na los, gehen wir. Alles okay. Also das Spiel ist echt mehr Visual Novel als ein RPG. Man. Schön, damit wären wir mit dem Einkaufen wohl für heute durch. Nun hat es schon mal ganzes Taschengeld rausgehauen. Ich glaube heute waren wir lang genug online. Ach, darf ich noch eine Frage stellen bevor ihr geht? Es geht um das, was du vorhin gesagt hast. Meinst du, als wir noch klein waren? Ne. Du meinst unsere gemeinsamen Spiele? Genau. Es gibt nichts weiter zu erzählen. Ich habe doch gesagt, den Rest habe ich vergessen. Das verstehe ich ja. Aber ich will wirklich nur eine einzige kleine, winzige Frage stellen. Als Kinder wart ihr unzutrennlich, richtig? Naja, ich weiß nicht, ob ich das so sagen würde, aber... Es hat euch also auseinander gebracht. Du sagst es, dass ihr euch hier in GGO wieder getroffen habt. Ach, das willst du wissen. Habt ihr euch gestritten? Nein, das war es nicht. Ja, Korea ist weggezogen. Ja, wir mussten umziehen. Dafür gab es eine Menge Gründe. Aber meine Eltern, die Schule für meine Schwester, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass wir das Haus nur gemietet hatten. Sowas eben. Du hast eine Schwester? Ja, und eine ganz schön schlaue noch dazu. Unter anderem sind wir auch deswegen umgezogen, damit sie sich besser auf die Schule konzentrieren konnte. Macht Sinn. Du erinnerst dich an diese alte Geschichte nicht, Zane? Sie bezeichnen sie quasi als Genie. Schon damals wusste ich, dass wir umziehen mussten. Das glaube ich auch heute noch. Aber damals war ich am Wohnen zerstört. Ich hatte Angst, was mich an den neuen Wohnort erwarten würde. und musste meine Freunde zurücklassen. Ich weiß im Grunde, dass es nicht die Schuld meiner Schwester war. Aber mhm. Aber ähm. Ist das immer noch weh darüber nachzudenken? Ha, das hättest du wohl gern. Komm, spielen wir mit ein paar Kapselspielzeug, nachdem wir jetzt den ganzen Einkauf erledigt haben. Moment mal, was ist mit Ausloggen? Ich habe meine Meinung eben geändert. Das wird eine nette Arbeit sein. Du musst dabei sein. Boah. Und noch eine Gesprächsoption. Okay. O neuh! He, 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 he. He, heee! Juna Asuna sagt, du hilfst ihm beim Sammeln von Outfit Designs. Stimmt das? Wenn er auf der Jagd nach Outfit Designs bekommt sie als Belohnung bei Jagd und Schotzu-Quests. Vielen Dank für deine Hilfe. Lass dich mal knuddeln. Keiner Jigolo und wieder boing. Na hat sich das nicht gut angefühlt? Oh yeah. Jetzt lass mich nochmal erklären, wie das mit den Outfit Designs funktioniert. Könnte ich dir genau sagen. Das ist der Wischkleiner. Na kann ich gleich versuchen eine Fliege zu fangen. Wenn du ein Outfit Design findest, gib es Asuna. Das hab ich doch schon durch mit ihr. Damit sind wir die Outfit Design Jäger. Klingt das nicht cool? Mega. Shopping Queen. Also viel Glück da draußen. Noch einige Gesprächsoptionen. Was sagst du jetzt von mir? Glaubst du Spezialgegner sind wirklich so tough? Ja ganz normale Gegner würde ich sagen. Wie stark glaubst du wohl? Mir juckt es in den Fingern gegen einen zu kämpfen. Wette ich würde im Rang aufsteigen, wenn ich einen wirklich starken Spezialgegner besiegen könnte. Willst du mal einen bekämpfen? Hat sie doch gerade gesagt. Gefällt mir wie du denkst. Tun wir's. Bei eurer Erkundung der Welt von GGO werdet ihr gelegentlich auf besonders schwere Gegner treffen, die als Spezialgegner bezeichnet werden. Ihr dürft sie jederzeit angreifen. Doch wenn der Levelunterschied zwischen deiner Gruppe und dem Gegner zu hoch ist, könnte dies euer aller Ende bedeuten. Es solltet euch also nur in Kämpfe stürzen, für die ihr wirklich bereit seid. Als PvE Mannschaft könnt ihr euch Quests mit verlockenden Belohnungen zur Bezwingung von Spezialgegner annehmen. Ja, jetzt guck ich mal ob da noch Quests sind, dann beende ich erstmal diese Folge, glaub ich. In der nächsten Folge hoffentlich Action. Oh, ich will Action, yeah, zu viele Gesprächsoptionen in diesem Spiel. Keine Action, yeah, zu viele Gesprächsoptionen in diesem Spiel. Ich möchte doch nur Action in diesem Spiel, warum gibst du mir keine Action in diesem Spiel? Oh, Gigi, das neue Spitzenbott. Jihii. Oh, Gigi, das neue Spitzenbott. Jihii. Oh, 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 oh. Jihiii. 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 Ja, hier hat's nix. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge mit. Action in diesem Spiel. Keine Gesprächsoptionen mehr. Da, 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 da. Oh, yeah. Da. Da. Da.